Kann ich Ihnen allen nur dieses Magazin hier empfehlen, das ist die Weltwoche, die große Impfflüge. Ich habe lange gewartet, ob darüber groß berichtet wird, was sich im Europäischen Parlament abgespielt hat. Der größte Medizinskandal, weder die Leitmedien noch die Leitzeitung, niemand hat darüber groß berichtet. Pfizer-Managerin Janine Small vorgeladen und die gab zu, dass der Impfstoff nicht darauf getestet worden war, die Übertragung des Virus zu stoppen. Die Pfizer-Managerin, das ist ein Skandal. Und unsere Bevölkerung wird weiter gegängelt von einem völlig verrückt gewordenen Gesundheitsminister. Ich zitiere hier nur aus der Weltwoche, den hat er geteilt, wurde in den sozialen Medien, wurde er gelöscht. So wird unsere Meinungsfreiheit ja auch eingeschränkt. Das muss man sich mal vorstellen, wo wir mittlerweile leben. Bestätigte die Europäische Kommission in einem offiziellen Hearing, dass die Impfung weder vor Übertragung noch vor Ansteckung schütze. Haben Sie was davon gehört? Das muss man sich mal vorstellen. In einem öffentlichen Hearing der EU-Kommission wird zugegeben, dass dieser Impfstoff niemals vor einer Ansteckung geschützt hat. Die EU-Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ihr wird vorgeworfen, überteuerte Deals mit der Pharmaindustrie eingefädelt zu haben und die belastenden Nachrichten zu verheimlichen. Verheimlichen Musik Be debe Untertitelung des ZDF, 2020